Alle zwei Minuten verschwindet in Deutschland ein Fahrrad. Besonders begehrt bei Dieben teure E-Bikes. Willst du verhindern, dass dein Rad das nächste ist? Dann brauchst du einen guten Diebstahlschutz. Und dieser fängt beim Fahrradschloss an. Aber welches Schloss ist das richtige? PowerUnity ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit. Ich bin Matthias von PowerUnity und stelle dir heute sechs verschiedene Fahrradschloss-Typen vor. Wir fühlen jedem Schloss auf den Zahn. Welches ist sicher und welches nicht. Und am Schluss verrate ich dir, was du wirklich tun kannst, damit dein E-Bike wirklich sicher vor Dieben ist. Also bleib dran! Musik 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 Wenn dich alles rund um E-Bikes und E-Bike-Sicherheit interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere hier PowerUnity und werde Teil unserer Powerful Community. Und nun zu den sechs wichtigsten Arten von Fahrradschlössern. Nummer 1, das Rahmenschloss. Ein Rahmenschloss ist am Fahrradrahmen direkt angebracht, meistens am Hinterbau unterhalb der Sattelstreben. Es ist ringförmig und besteht aus einem Hartplastik- oder Stahlgehäuse. Bei manchen Fahrradmodellen ist es serienmäßig verbaut. Das Prinzip dahinter ist denkbar einfach. Ein Ring oder Bügel wird durch die Speiche geschoben. Dieser rastet ein und umschließt die Felge. Dadurch blockiert das Hinterrad. Einfache Rahmenschlösser sperrst du mit einem Schlüssel auf und zu. Teure Modelle funktionieren mit einem Funkschlüssel oder mit einer App. Ein Rahmenschloss nimmt keinen Stauraum weg. Als alleiniger Diebstahlschutz ist es aber leider nicht sehr effektiv. Diebe können dein Rad einfach wegtragen und das Schloss später in aller Ruhe knacken. Nummer 2, das Panzerkabelschloss. Kabelschlösser bestehen aus geflochtenen, wenige Millimeter dünnen Stahlseilen, die mit einer Plastikhülle ummantelt sind. Als Verschluss dient meistens ein vierstelliges Zahlenschloss. Ähnlich aufgebaut wie ein Kabelschloss, aber deutlich sicherer ist das sogenannte Panzerkabelschloss. Es besteht ebenfalls aus geflochtenen Stahlseilen, die zusätzlich aber mit Kapseln aus gehärtetem Stahl ummantelt sind. Als Verschluss kommt ein Zahlen- oder ein Zylinderschloss zum Einsatz. Doch wie sicher ist ein Kabelschloss? Gängige Kabelschlösser lassen sich mit einem Bolzenschneider oft in Sekunden durchtrennen. Deshalb bezeichnet man sie auch als Geschenkbänder für Diebe. Nummer 3, das Kettenschloss. Kettenschlösser sind die Klassiker unter den Fahrradschlössern. Stählerne Kettenglieder mit einem Vorhänge-, Zahlen- oder Zylinderschloss. Doch wie sicher ist ein Kettenschloss? Das hängt natürlich von der Dicke der Kettenglieder ab. Um ein hochwertiges Kettenschloss zu knacken, brauchen Diebe mindestens eine Flex-, eine Säge- oder einen Schweißbrenner. Allerdings kann ein solches Kettenschloss bis zu 200 Euro kosten. Nummer 4, das Textilfahrradschloss. Reine Textilfahrradschlösser bestehen aus mehreren, schichtweise miteinander verwobenen Faserstoffen. Manchmal befindet sich in der Mitte noch ein Metallseil. Als Verschluss dient ein Mini-Bügelschloss. Je nach Länge eignen sich Textilschlösser sogar, um mehrere Räder auf einmal abzuschließen. Doch wie sicher sind Textilfahrradschlösser? So praktisch sie auch sind, in Sachen Sicherheit überzeugen Textilschlösser ehrlich gesagt nicht. Vor allem reine Textilschlösser haben einer Säge wenig entgegenzusetzen. Etwas besser schneiden Modelle mit Metallseil ab. Nummer 5, das Faltschloss. Ein Falt- oder auch Gelenkschloss ist eine Mischung aus Ketten- und Bügelschloss, das aus länglichen, starren Gliedern besteht. Du kannst es zusammenfalten und Platz sparen verstauen. Erhältlich sind Faltschlösser mit Zylinder- oder Zahlenschloss. Doch wie sicher ist ein Faltschloss? Faltschlösser sind stabil und schwierig zu durchtrennen. Die beweglichen Glieder und das flache Profil erschweren das Ansetzen von Säge- oder Bolzenschneider. Außerdem brauchen Diebe sehr viel Kraft, um ein solches Schloss zu durchtrennen. Erfahrene und entschlossene Fahrraddiebe lassen sich davon aber auch nicht abschrecken. Nummer 6, das Bügelschloss. Bügelschlösser erinnern an riesige Vorhängeschlösser. Sie bestehen aus einem U-förmigen und mit Kunststoff ummantelten Metallbügel, der bis zu 20 mm dick sein kann. Hochwertige Modelle sind außen verhärtet und innen etwas weicher. So können Ihnen Kältespray-Attacken nichts anhaben. Doch wie sicher ist ein Bügelschloss? Bügelschlösser sind die sichersten Fahrradschlösser auf dem Markt. Wegen seiner starren Form bietet der Bügel nämlich wenig Angriffsfläche für Werkzeug. Diebe brauchen in jedem Fall eine Flex- oder ein Schweißgerät. Aber auch dann muss das Bügelschloss immer noch an zwei Stellen durchtrennt werden, um es zu entfernen. Das ist sehr aufwendig und vor allem auffällig. Der einzige Nachteil besteht darin, dass ein Bügelschloss weniger flexibel ist als beispielsweise ein Textilschloss. Nummer 7, auf welche Diebstahlsicherung kommt es wirklich an? Als sicherstes Fahrradschloss empfehlen wir aktuell ein solides Bügelschloss von etablierten Marken. Aber auch Fallschlösser und schwere Kettenschlösser bieten einen guten Schutz für Dein Fahrrad. Kabel- und Spiralschlösser sollten nur als Zusatz- oder als Notfallschlösser zum Einsatz kommen. Von einem Rahmenschloss allein raten wir grundsätzlich ab. Wichtig ist, selbst mit dem besten Bügelschloss, das der Markt zu bieten hat, ist ein teures E-Bike nicht wirklich geschützt vor Dieben. Echte Sicherheit bekommst du nur dann, wenn du mehrere Sicherheitssysteme kombinierst. Ein gutes Schloss, ein oder mehrere Komponentenschlösser und einen GPS-Tracker für modernen Hightech-Diebstahlschutz. Mit dem Biketracks GPS-Tracker von PowUnity wirst du nicht nur sofort alarmiert, wenn jemand dein Fahrrad bewegt. Du kannst den Standort eines gestohlenen E-Bikes in der dazugehörigen App sogar in Echtzeit verfolgen und an die Polizei geben. So haben Diebe tatsächlich keine Chance mehr. Ein Beispiel gefällig? Christian, ein PowUnity-Kunde, hat es bei offenem Fenster selbst gehört. Das Schloss seines E-Bikes wurde mit einer Akkuflex aufgebrochen. Der Alarm in der App seines GPS-Trackers ging sofort los und es begann eine Verfolgungsjagd, wie sie die Polizei selbst noch nie erlebt hatte. Ihr wollt wissen, wie diese ausgegangen ist? Dann schaut doch einfach unsere Biketracks-Hitsfolge Nummer 11 an. Du willst mehr zu den Vorteilen und der Funktionsweise von GPS-Trackern erfahren? Du möchtest Tipps, wie du dein E-Bike gegen Diebstahl sicherst und was du dabei beachten musst? Dann schau doch einfach auf unserer Themenseite PowUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche genau das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Du informierst dich lieber auf YouTube? Dann bist du hier genau richtig. Bitte abonniere unseren Kanal über diesen Button und schau dir alle PowUnity erklärt Artikel einfach als Video an.